Hi, ich bin Michele Cirillo, Produktionsfachmann der Handy Surgery Linie von Technomod Italia. Mit bestem Dank für Ihr Interesse möchte ich Ihnen vor der Beschreibung unserer kompletten Linie erklären, weshalb wir uns zu ihrer Entwicklung entschlossen haben. Seit mehr als 25 Jahren ist Technomod Italia im Zahnbehandlungsbereich tätig. Zu Beginn für technische Hilfe und später als Importeur und Vertreiber von Ersatzteilen im Dentalbereich, um schließlich ein kombiniertes, hochwertiges Standardangebot unter dem Namen Over zu erzeugen und zu vertreiben. Während diesen Jahren unsere Arbeitstätigkeit, aber vor allem dank unserer Verbindung zu Ihnen, den Zahnärzten, und unter Zutun unserer Händler sowie unter unserem Betracht, dass wir Hersteller sind, ist das Bedürfnis einer besonderen Einrichtung in den Chirurgieräumen der Praxen entstanden. Weshalb? Ein kombiniertes Standardangebot ist bei der Ausübung sämtlicher von Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen benötigten Funktionen beschränkt. Der Standardstuhl, der durch nur zwei Motoren bewegt, erreicht eine Höchsthöhe von 80 cm, in waagrechter Stellung ist er nicht perfekt flachliegen. Außerdem beschränken das Wassergerät und selbst der Köcher erheblich den Zugang zu ihrem Arbeitsbereich. Bis vor zwei Jahren konnte man beim Einrichten einer auf die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie oder allgemeine Chirurgie ausgerichtete Zahnarztpraxis nichts anderes tun, als den klassischen Behandlungswagen im Allgemeinen mit vielen Plastikteilen, einen Behandlungsstuhl womöglich mit drei, vier Motoren zu erstellen, womit es möglich wurde, gegenüber einem klassischen Standardstuhl mehrere Bewegungsarten zu erhalten, wobei das Absaugen durch einen Tragarm mit Kanülenhalter und OP-Leuchter zur Beleuchtung des Operationsbereichs erfolgt. Dank der Konfrontation mit den Ärzten konnten wir die Anforderungen zur Verbesserung der Qualität ihrer täglichen Arbeit erfahren und nach wir eine Linie entwickelten, um die aufgetauchten Probleme zu lösen. Die erste Problematik ist eine Frage der Hygiene. In der Tat sind die Oberflächen eines Behandlungswagens und Standardstuhls schwierig zum Reinigen, da sie Einbuchtungen aus Plastik aufweisen, die nicht den Anforderungen eines OP-Seils entsprechen. Zweitens wird es bei der Leuchte, der OP-Leuchte oft notwendig, wegen ihrer schweren Tragstrukturen zu ihrer Stütze zu überzeugen. Die Einrichtung. Oft vertraut man sich der Einrichtung einer traditionellen Zahnarztpraxis an, somit häufig mit dem Spülbecken, das in der Ausstattung im Begriffen ist, wovon in einem OP-Saal absolut abgeraten wird. Schließlich können die Verwendung von Ausrüstungen wie Implantologie-Motor und Pisa-Surgery mit ihren elektrischen Anschlusskabeln die Verwendung des Fußschalters zu den verschiedenen Bewegungen die Arbeit des Arztes hemmen und behindern und manchmal verwirren. Für viele beschränkte ein derart ausgerüsteter Raum den Einsatz der Standard-Zahnchirurgie, was ein Hindernis darstellte. Natürlich wurden all diese Probleme vom Arzt akzeptiert, da es keine anderen Lösungen gab. In Erwägung aber, dass Räume kosten, wollten wir ein OP-Saal einrichten, der intern mehrere medizinische Zweige vereint, eine wahre Polyklinik, wo Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ausgeführt werden kann, sowie auch ästhetische Chirurgie, Entnahmen, gynäkologische Untersuchungen, Augenuntersuchungen und so weiter, damit man in ihrem OP-Saal in vollem Betrieb arbeiten kann. So haben wir an Sie einige Fragen gerichtet. Sagen Sie uns, Herr Doktor, wie müsste der OP-Saal Ihrer Träume sein? Welche besonderen Eigenschaften müsste er ausweisen? Und vor allem, was stört Sie jetzt in Ihrer Arbeitsumgebung? Dermassen ist Handysurgery entstanden. Dank Ihren Ratschlägen, Ihren Wünschen, Ihren Beschwerden, aber vor allem dank Ihrer Träume. Handysurgery, wie es schon der Name nahelegt, ist eine entwickelte Linie für den leichten Gebrauch der Ausrüstungen und Geräten. Griffbereit, intuitiv, ohne Kabel, die Ihre tägliche Arbeit behindern können. Sie weist eine viel größere Funktionsvielfalt gegenüber dem standardmäßigen Behandlungsstuhl auf. Die Oberflächen können schnell gereinigt werden. Wirklich, denn wie uns die Chirurgie im Krankenhaus lehrt, wird die Ausrüstung vollständig aus Edelstahl hergestellt. Das aseptische Material schlechthin. Vor allem passt sich diese Linie an alle ärztlichen Szenarien an. Möchten Sie Ihre Kenntnisse aller Bestandteile, aus denen die Linie Handysurgery zusammengesetzt ist, vertiefen? Dann klicken Sie hier unter dem Link und können dann das Anleitungsheft herunterladen, wo auch die Montageanleitungen aufgeführt sind. Sie werden bemerken, dass es viel weniger kompliziert ist, als eine standardmäßige Ausrüstung zu installieren. Sie können den Katalog ansehen und haben vor allem die Möglichkeiten, die Ausrüstung online nach Ihren individuellen Wünschen zu konfigurieren. Wir haben einen Konfigurator, die Ihnen für die Autos errichtet, der Ihnen hilft und Sie dabei bei der Wahl der Extras und der Zubehörteile, die zum Chirurgiebereich gehören, beraten. Besten Dank für Ihre Beachtung und bis bald im Video mit den näheren Beschreibungen. Ciao! Tschüss! Ich bin Michele Cirillo, Produktionsfachmann der Linie Handy Surgery von Technomed Italia.